Hallo, mein Name ist Sascha Sanicic, ich bin der Bundessprecher der SAV und werde bei den Sozialismus-Tagen zum Thema Kampf gegen Rechts sprechen. Angesichts von täglichen Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und dem Wachstum der AfD ist es von besonderer Bedeutung, dass wir eine starke und massenhafte Bewegung gegen Rassisten und Nazis aufbauen, dass wir uns ihnen in den Weg stellen, aber vor allen Dingen auch, dass wir eine starke linke Alternative schaffen. Wie das möglich ist, wollen wir mit euch vom 25. bis 27. März bei den Sozialismus-Tagen in Berlin diskutieren. Und insbesondere die Entwicklungen über Jeremy Corbyn und was es bedeutet für den britischen Bewegungsmöglichkeiten und für die größere Bewegungsmöglichkeiten in Europa. Ich werde auch über die historie der Militanten, die historie der Sozialismus-Tagen, was ich sicher, dass ihr alle sehr interessant findet. Hi, mein Name ist Laura Fitzgerald und ich bin der und ich bin froh, dass ich über die Sozialismus-Tagen in Berlin bin. Ich bin von der Sozialismus-Tagen in der Irlande und werde ich darüber sprechen, wie wir mit den Frauen-Tagen in der ganzen Welt kämpfen können. Aber ich werde auch ein paar Beispielen von der Kampagne, der Rosa, die ich in die Zusammenarbeit bin, und unsere Struggle für die Abortionen in der Irlande. Hallo, ich bin Andros Pagiatzos. Ich bin der General-Grammattein des Organisationen in Greece. Ich bin der Verlust des Dörfers des Sozialismus-Tagen in Greece. Ich werde in Berlin auf den Verlust des Dörfers des Sozialismus-Tagen in Greece und ich werde über die Erlust-Tagen in Greece sprechen, über die Ende des Reformismus-Tagen und über die Möglichkeit, zu weitergehen zu einer sozialistischen Gesellschaft. Ich wünsche euch, dass ich euch hier sehen. Hallo, ich bin Luzie Rädler. Ich freue mich total auf die Sozialismus-Tage. Wir haben gerade die 300. Anmeldung hineinbekommen. Und ich glaube, das wird ein großartiges Event. Das ist der Kongress gegen Krieg, Rassismus und Kapitalismus. Und besonders freue ich mich auch darauf, dass Daletta Scrux aus den USA da ist, aus Chicago. Sie ist in der Black Lives Matter-Bewegung aktiv und wird uns auch über das Phänomen Bernie Sanders und was ich gerade in den USA tue berichten. Kommt vorbei. Es wird großartig. Komt vorbei. Wir versuchen sehr viel verbesserteiv,